Guten Tag, mein Name ist Dr. Anush Sufi Sierwasch. Ich bin leitender Arzt in der Orthopädie der Asklepios Klinik Barmbeek und mein Spezialgebiet ist die Tumororthopädie. Entsprechend bin ich Sektionsleiter der Tumororthopädie in Barmbeek. Wenn Sie also mal den Verdacht auf einen Knochen- oder einen Weichgewebstumor im Bereich des Bewegungsapparates haben, dann melden Sie sich gerne bei uns.